Die Parteienfinanzierung als Begriff der Politikwissenschaft umfasst Einnahmen, Ausgaben und Vermögensentwicklung der politischen Parteien. Die Einnahmen politischer Parteien stammen in den meisten Demokratien aus vier Hauptquellen. Mitgliedsbeiträge, Parteispenden, öffentliche Zuwendungen sowie Mandatsträgeabgaben, Parteisteuern. Diese Einnahmearten haben bei Parteien in den verschiedenen Ländern unterschiedliche Bedeutung. Zuweilen tragen bei einzelnen Parteien zusätzlich Erträge aus der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen zur Finanzierung bei. Die Parteienfinanzierung ist abzugrenzen vom weiter gefassten Begriff der Politikfinanzierung, welche auch die Finanzierung der Fraktionen in supranationalen, nationalen, regionalen und kommunalen Parlamenten, der Abgeordneten in Parlamenten aller Art sowie GGFS, der politischen Stiftungen mit einbezieht. Einzelne Länder Hauptartikel Im internationalen Vergleich zeichnet sich die Parteienfinanzierung in Deutschland durch einige Besonderheiten aus. Der Anteil der Mitgliedsbeiträge an den Einnahmen der Parteien ist relativ hoch, der Anteil der Parteispenden ist deutlich geringer. Jedenfalls der Spenden von juristischen Personen. Dieser betrug 2008 durchschnittlich 5%. Die Bedeutung von Spenden für die Parteienfinanzierung in Deutschland hat sich seit den 70er Jahren erheblich geändert. Während Spenden im Jahre 1972 noch 44 bis 45 Prozent aller Einnahmen von CDU und CSU ausmachten, stammten aus dieser Geldquelle 2011 bis 2012 noch 13 bis 19 Prozent der Gesamteinnahmen von CDU, CSU und FDP. Bei der öffentlichen Finanzierung der Parteitätigkeit werden in Deutschland unterschiedliche Wege nebeneinander genutzt. Die staatliche Teilfinanzierung deckt einen beachtlichen Teil der Gesamtkosten. Hinzu kommen die steuerliche Begünstigung von Kleinspenden, Mitgliedsbeiträgen und Mandatsträgerabgaben. Als weitere Formen der indirekten Finanzierung sind kostenlose Sendezeiten für Wahlwerbung in öffentlichem Rundfunk und Fernsehen sowie die Bereitstellung von Plakatflächen durch kommunale Behörden zu erwähnen. In den Grenzbereich zur Politikfinanzierung gehören öffentliche Mittel für die Arbeit von Parlamentsfraktionen und die global Zuschüsse an die politischen Stiftungen. Als Konsequenz aus Artikel 21 Grundgesetz berichten die deutschen Parteien durch Internet verfügbare Bundestagsdrucksachen alljährlich über alle Einnahmen, Ausgaben und den Stand ihres Vermögens für sämtliche Organisationsebenen. Dieser Grad an Transparenz wird von keiner anderen westlichen Demokratie auch nur ansatzweise erreicht. Am 4. Dezember 2009 hat die Staatengruppe des Europarates gegen Korruption Deutschland weitergehende Regelungen empfohlen. So etwa die Veröffentlichung von Rechenschaftsberichten für Wahlkämpfe, ein generelles Verbot für anonyme Spenden. Eine deutliche Absenkung der Publizitätsgrenze von derzeit 10.000 Euro. Das Ergebnis einer international vergleichenden empirischen Analyse von Unternehmensspenden unterstützt die Transparenzforderung für Firmenspenden. Der Innenausschuss des Deutschen Bundestages lehnte diese Vorschläge mit der Mehrheit der Regierungsparteien CDU, CSU und FDP ab. In Frankreich sahen sich alle Parteien lange Zeit berechtigt, ihren politischen Einfluss auf Bau- und Rüstungsvorhaben in Parteispenden umzuwandeln. Auch kam es zu großen Parteispenden, speziell vor Wahlen aus ehemaligen Kolonien Frankreichs an Parteien oder einzelne Politiker. Der Journalist Jean Montaldo veröffentlichte 1994 ein Buch unter dem Titel Mitterrand und die 40 Räuber. Darin warf er Mitterrand vor. Korruption sozialistischer Parteifreunde, um sich geduldet zu haben und sich mit fragwürdigen Freunden wie Bernhard Tappi zu umgeben. Montaldo stützte sich dabei überwiegend auf angebliche Informationen von François de Grosouvre. Dieser war über 35 Jahre einer der engsten vertrauten Mitterrands und beging 1994 im Élysée-Palast-Suizid. Im Sommer 2010 gab es zwei Spendenaffären. Eine um den Staatspräsidenten Sarkozy, eine um seinen Arbeitsminister Éric Wörth. Das Wahlrecht wurde in Frankreich mit dem Parité-Gesetz 2000 geändert. Seitdem erhalten Parteien weniger Geld, wenn sie die gesetzlichen Vorgaben nach einer Frauenquote innerhalb ihrer Fraktionen nicht einhalten. Hauptartikel In den Niederlanden gibt es seit 1999 ein Gesetz zur Unterstützung von Parteien. Eine so begünstigte Partei erhält einen Grundbetrag und zusätzlich Geld pro Parlamentsmitglied und pro Mitglied. Dazu kommen kostenlose Sendezeit im Rundfunk, Geld für Personal von Fraktionen. Die meisten Parteien verlangen von Volksvertretern, dass sie einen Teil ihrer Diäten an die Partei abführen. Dazu kommen private Spenden. Ab 4.537,80 Euro muss der Spender veröffentlicht werden. Allerdings gilt dies nur für Parteien, die tatsächlich Unterstützung durch das besagte Gesetz erhalten. Die Partie 4D-Wreiheit hat streng genommen nur ein einziges Mitglied und profitiert daher nicht von staatlicher Unterstützung. Muss aber nicht die Namen ihrer Spender bekannt geben. Sie wehrt sich besonders gegen Pläne, die Veröffentlichungspflicht für alle Parteien einzuführen. Skandale mit Bezug zur Parteienfinanzierung gibt es kaum. Hauptartikel. Auch in Österreich sind Parteien im 19.JDT als freiwillige Organisationen von Bürgern entstanden, die sich ursprünglich nur aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanzierten. Inzwischen sind mit den Mandatsträgerabgaben und öffentlichen Mitteln weitere Säulen der Mittelbeschaffung hinzugekommen. Grundlage für die öffentliche Parteienfinanzierung sind in Österreich das Parteiengesetz und das Parteienförderungsgesetz. Zuletzt neu gefasst 2012. Im Rahmen dieses Transparenzpakets sind im Juli 2012 zahlreiche neue Vorschriften in Kraft getreten. Darunter verschärfte Offenlegungspflichten U.A. Für Spenden. Auch die nicht im Nationalrat vertretenen Parteien haben im Wahljahr Anspruch auf Fördermittel für ihre Tätigkeit. Falls sie mehr als ein Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Das österreichische Recht unterscheidet zwischen der wahlwerbenden Partei, der für das politische Tagesgeschäft zuständigen politischen Partei und den Parlamentsclubs mit jeweils unterschiedlichen Einnahmen. Clubs werden seit 1963 gefördert. Aktuelle Grundlage ist das Clubfinanzierungsgesetz von 1985. Daneben werden parteinnahe Organisationen und politische Akademien gefördert. Im Jahr 2009 wurden die Parlamentsclubs mit 18,5 Millionen Euro gefördert. Es folgten die Öffentlichkeitsarbeit nach zwei Partei G mit 16 Millionen Euro. Die Wahlkampfkostenrückerstattung mit 12,4 Millionen Euro und die Parteiakademien mit 11,6 Millionen Euro. Gesamt 58,6 Millionen Euro. Die Förderung nach zwei Partei G war zuletzt leicht rückläufig und betrug im Jahr 2012 15,3 Millionen Euro. Darunter 4,6 Millionen Euro für die SPÖ vor der ÖVP mit 4,1 Millionen Euro. Die Parteien- und Clubförderung auf Ebene von Bund und Ländern betrug 2014 insgesamt 205 Millionen Euro. ÖVP und SPÖ allein erhielten 63,8 bzw. 60,2 Millionen. Die Finanzierung der Parteien in Polen ist im Parteiengesetz geregelt. Im Jahr 2001 wurde eine Finanzierung der Parteien aus Staatsmitteln eingeführt. Diese Umstellung der Finanzierung sollte mehreren Anforderungen gerecht werden. So sollten die Möglichkeiten der Korruption verringert werden. Der finanzielle Druck der Parteien gemindert und jüngeren Parteien bessere Chancen gegeben werden. Seit 2001 dürfen sich die Parteien nur durch die staatlichen Mittel, Mitgliedsbeiträge und Erbschaften finanzieren. Spenden sind nur von natürlichen Personen und hier auch nur in begrenzter Höhe erlaubt. Recht auf eine Unterstützung hat jede Partei, die bei einer landesweiten Parlamentswahl mindestens 3% der Stimmen erringt. Die Höhe der Unterstützung hängt von dem Wahlergebnis ab. 2008 flossen insgesamt 107 Millionen Selotti aus dem Staatshaushalt an die Parteien, 2002 waren es 37 Millionen. Als Schwäche des Systems wurden festgestellt, dass die Parteienlandschaft dadurch die Passivität der Parteien fördert und neue Parteien weniger Chancen haben in den Sejm zu gelangen. Die Mehrheit der Polen ist weiterhin gegen eine staatliche Finanzierung der Parteien. Anfang 2009 wurde von der Partei Lewege i Demokratie ein Änderungsvorschlag eingebracht, welcher nach einigen Änderungen im April 2009 vom Sejm verabschiedet wurde. Da der polnische Präsident Lech Kaczynski Zweifel an der Verfassungskonformität des Gesetzes hatte, legte er es dem polnischen Verfassungsgericht vor. Hauptartikel Die Schweiz gehört zu den wenigen europäischen Ländern, die über keine besonderen gesetzlichen Bestimmungen zu den politischen Parteien verfügen. Weder zu deren Finanzierung noch zur Finanzierung von Wahlkampagnen. Die Staatengruppe gegen Korruption, eine Organisation des Europarates, empfahl der Schweiz daher im Jahr 2011, Vorschriften über die Buchführung und Offenlegung von Spenden durch die Parteien einzuführen. Hauptartikel Die Begriffe, Geld in der Politik oder Kosten der Demokratie, beziehen sich in den USA vor allem auf Wahlkampffinanzierung. Dieser Begriff umfasst alle finanziellen Mittel, die aufgewendet werden, um das Ergebnis einer Wahl zu beeinflussen. Träger der Wahlkampffinanzierung sind Political Action Committees, die U.A.R. von Kandidaten, Parteien, Interessengruppen oder großen Unternehmen betrieben werden. Die größten Ausgabepositionen in den Wahlkämpfen der Einzelstaaten und für die Ämter der Bundesebene beziehen sich auf den Kauf von Sendezeit bei privaten Rundfunk- und Fernsehsendern. In den USA gibt es keine staatlich geregelte Finanzierung der dortigen Parteien. Stärker als in Deutschland geht daher dort der Wahlkampf mit der Suche nach finanzieller Unterstützung durch Privatpersonen einher, die aber auf einen Höchstbeitrag pro Individuum begrenzt ist. Dies führt zu einer größeren Abhängigkeit der Parteien von privaten Geldgebern. Andererseits werden diese Verbindungen auch eher offengelegt als das Z.B. in Deutschland der Fall ist. Europäische Union Seit dem Vertrag von Amsterdam 1997 ist für politische Parteien auf europäischer Ebene eine Finanzierung aus dem Haushalt der Europäischen Union. Vorgesehen Die Voraussetzungen für eine Parteienfinanzierung sind in der EU-Verordnung 2004-2003 festgelegt. Derzeit sind 15 Europaparteien vom Europaparlament anerkannt und erhalten Finanzmittel der EU. Die Aufteilung der Finanzmittel erfolgt wie folgt. 15% der Gesamtsumme wird auf alle Parteien gleichmäßig verteilt. Die restlichen 85% werden proportional zur Anzahl ihrer Europaparlamentarier auf die Parteien verteilt. Liste der Parteienfinanzierung in Euro Sternchen Sternchen Liebertas erhielt 2009 eine vorläufige Finanzierung von 200-2823 Euro zugesprochen, die Entscheidung wurde aber später zurückgenommen. Internationaler Vergleich Bei einer Betrachtung der Parteienfinanzierung in unterschiedlichen Ländern lassen sich die Ausgabenschwerpunkte, die wichtigsten Einnahmequellen und die gesetzlichen Regeln vergleichend gegenüberstellen. In den meisten Ländern handelt es sich bei den Organisationen, die Geldmittel für politische Zwecke einwerben und ausgeben um Parteien. Genauer gesagt um Parteizentralen oder regionale und lokale Gebietsverbände. Parteibezogene Ausgaben für den politischen Wettbewerb können sich beziehen auf Wahlkämpfe von Kandidaten, Unterstützergruppen, Interessengruppen oder politischen Parteien, innerparteiliche Wettbewerbe um die Nominierung von Kandidaten, Aus- und Fortbildung von Parteiaktivisten, Parteifunktionären oder Kandidaten, Entwicklung von Politikentwürfen durch Parteien oder parteinahe Organisationen, den laufenden Betrieb von Parteiorganisationen in Hauptstädten und oder auf örtlicher Ebene, Bemühungen um die politische Information von Bürgern, Die Ausgabenschwerpunkte der Parteizentralen liegen bei Öffentlichkeitsarbeit und Wahlkämpfen, Massenmedien, Gehältern und Sozialleistungen für hauptberufliche Parteiangestellte, Dienstleistungen von Werbeagenturen und Kommunikationsberatern und Aufwendungen für Büroräume, lokale Parteiorganisationen, die in hohem Maße auf die freiwillige, unbezahlte Mitarbeit von Parteiaktivisten und anderen Helfern angewiesen sind, Geben Geld vor allem für Post- und Telekommunikationsleistungen sowie die Miete- und Betriebskosten von Büroräumen aus, die als Mittelpunkte der örtlichen Parteiaktivität dienen. Für die Gesamtkosten der Parteitätigkeit hat die Kahl von Osjetzky-Universität Oldenburg Vergleichsdaten vorgelegt. Danach zählen Israel, Italien, Japan und Österreich zu den teuersten Demokratien der Welt. Demgegenüber gelten Australien, Kanada, Großbritannien und die Niederlande als kostengünstige Demokratien. Zum Mittelfeld gehören U.A.R. Deutschland, Frankreich, Irland und die USA. Einnahmen für politische Zwecke können stammen von einzelnen Bürgern, die als Parteimitglieder regelmäßig Beiträge oder als Parteianhänger gelegentliche Zuwendungen leisten. Wohlhabenden Einzelpersonen, gesellschaftlichen Organisationen oder Unternehmen, die durch größere Zuwendungen bestimmte politische Vorstellungen unterstützen oder sich Zugang zu politischen Akteuren bzw. Ämtern verschaffen wollen. Aus öffentlichen Kassen, die direkt oder indirekt die politische Tätigkeit von Parteien fördern. G.M. Gittlund hat diese drei Arten der Geldbeschaffung als Basisfinanzierung, plutokratische Finanzierung bzw. öffentliche Finanzierung bezeichnet. Viele Demokratien haben inzwischen gesetzliche Regelungen für die Parteienfinanzierung geschaffen. Solche Regeln können Verbote und Begrenzung für bestimmte Einnahmen und Ausgaben betreffen. Den Umfang, die Verteilung und den Zugang zu öffentlichen Zuwendungen ausgestalten. Die Transparenz der Parteifinanzen durch regelmäßige Finanzberichte und Spenderlisten vorschreiben sowie Verfahrens- bzw. Strafvorschriften umfassen. Gesetzliche Verbote von Ausgaben für parteipolitische Zwecke betreffen entweder Wahlkampfausgaben durch Nichtkandidaten oder den Ankauf von Sendezeit für Wahlwerbung in Rundfunk und Fernsehen. Beide Arten von Verboten stehen im Spannungsfeld von zwei Verfassungsgrundsätzen. Der Chancengleichheit des politischen Wettbewerbs und der Meinungsfreiheit. Großbritannien begrenzt die Ausgaben der Wahlkreiskandidaten seit 1883. Kanada hat als erste Demokratie 1974 zusätzlich eine Ausgabenbegrenzung für politische Parteien und 2004 Ausgabengrenzen für Bewerber um eine Nominierung im Wahlkreis eingeführt. Der US Supreme Court urteilte 1976, dass eine gesetzliche Begrenzung von Wahlkampfausgaben mit der freien Meinungsäußerung nach dem ersten Verfassungszusatz unvereinbar, also verfassungswidrig ist. Um wirksam zu sein, erfordert jede Begrenzung von Ausgaben im politischen Wettbewerb sorgfältige Überwachung, konsequente Durchsetzungsmaßnahmen sowie angemessene Sanktionen für EVTL. Verstöße Im Hinblick auf Einnahmen für politische Zwecke sind gesetzliche Anreize, wie Steuervorteile oder Aufstockungsmittel, die bestimmte Formen von Zuwendungen fördern sollen, eher selten. Stärker verbreitet sind Verbote und Höchstgrenzen für bestimmte Einnahmearten. So sind etwa Spenden von Unternehmen an Parteien generell gesetzlich verboten in den USA, in Frankreich und in Kanada. Belege und Materialien Literatur Alexander Hurt Political Financing In David I., Silz, International Encyclopedia of Social Sciences, BD, 12 New York, New, Free Press, Macmillan, 1968, 235-241, Kayam Z., Patiel, Campaign Finance, Contrasting Practices and Reforms, In David Butler, Democracy at Adepolts, A Competitive Study of Competitive National Elections, Washington, D.C., American Enterprise Institute, 1981, 138-172, Hildrud Nassmacher, Parteien-Systeme und Parteifinanzen in Westeuropa, In ZFP, Band 51, Nummer 1, 2004, 29-51, Hildrud Nassmacher, Parteien-Systeme und Parteienfinanzierung in Westeuropa, In Die Parteien-Systeme Westeuropas, 2006, 507-519-10,1007-9783-531-900612-21, Ingrid von Bietzen, Campaign and Party Finance, In Lawrence Ledoux, Comparing Democracies, Elections and Voting in the 21st century, London E.L., Sage, 2010, 65-97, Michael Pintoduszinski, Party Finance, In, Betrand Badi E.L., International Encyclopedia of Political Science, London, Sage, 2011, Weblinks, RC20, Political Finance and Political Corruption, IPSA Research Committee on Political Finance and Political Corruption, RC20, Public Funding of Parties, Ace Electoral Knowledge Network, 2003, Political Political Party Finance Database, International IDEA, Strömsburg, Schweden, 2012, Political Political Party Finance Database, International IDEA, Strömsburg, Schweden, K.Z. Patiel und J.M. Wilson, Party Financing, The Canadian Encyclopedia, R. Austin & M. Tjernström, Funding of Political Parties and Election Campaigns, Stockholm 2003, International IDEA, Strömsburg, Schweden, E.Falgera, Jones & M. Oman, Funding of Political Parties and Election Campaigns, A Handbook on Political Finance, Stockholm 2014, International IDEA, Strömsburg, Schweden, Einzelnachweise, Peter Schindler, Datenhandbuch zur Geschichte des Deutschen Bundestages 1949-1982, Deutscher Bundestag, Bonn 1983, 97, 100, Deutscher Bundestag, Drucksache Nummer, 18400stel, 3.Fundstellenverzeichnis der Rechenschaftsberichte, Deutscher Bundestag, abgerufen am 16. Januar 2015, Wolfgang Rocio, Das politische System der Bundesrepublik Deutschland, achte auf Wiesbaden, V.S. Verlag für Sozialwissenschaften, 2011, 170, F. In McMenamin, If money takes, what does it say? Oxford University Press, Oxford 2013, 138, Deutscher Bundestag, Drucksache 17, 8200stel, 6.F. Betoncourt-Affäre fordert Bauernopfer, taz.de, 13. Juli 2010, zu beiden Einnahmearten S. Hubert Sicklinger, Politikfinanzierung in Österreich, Wien, C. Zanin Verlag, auf L. 2009, 136-182, S. D. H. Sicklinger, Politikfinanzierung, 2009, 236-288-350, Parteienförderungsgesetz, 2012, 1 A. B. S. 3, Gesetzestext, abgerufen am 1. Oktober 2013, Stefan Lenzhofer, die neue Parteienfinanzierung, mehr Transparenz im Tausch gegen höhere staatliche Zuwendungen, jusportal.at, abgerufen am 11. Juni 2013, Parteienfinanzierung in Österreich, bei Wien-Konkret.at, Parteienförderung, Website des Öster-Bundeskanzleramt, abgerufen am 11. Juni 2013, Parteienförderung, ÖVP vor SPÖ größter Subventionsempfänger, der Standard vom 14. Dezember 2014, A. B. Jaroslaw Z. Bianek, Polen Analysen Nummer, 54, Parteienfinanzierung, Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen, 16. Juni 2009, 2-10, Aleksandra Dzekowska, I. Subw. N. C. J. T. Bude eto. W. D. L. A. P. C. I. Politic. N. C. Quotie i. Tendencie Insapuenzie et Z. Bude eto. Panstwa de L. A. P. C. I. Politic. N. C. Insti Stutsprav Publiic. N. C. Warschau 2008. 15. Evaluationsbericht über die Schweiz. Transparenz der Parteienfinanzierung, Group de Letas Contra la Corruption, Greco Eval 3 Rep 4 F 21. Oktober 2011. Verordnung Nummer, 2004-2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 über die Regelungen für die politischen Parteien auf europäischer Ebene und ihre Finanzierung. Europa.eu 27. Dezember 2007. http www.europal.eu-contracts-in-grenz-on-20150201-pvl-00101-political-parties-in-foundations. Detaillierte Studien über die lokalen Parteiorganisationen liegen vor allem aus Kanada und Großbritannien vor. A. B. Lärste unsere Demokratie zu teuer? In. Einblicke. Nummer. 39-2004. 24. Siehe auch PDF. Ähnlich schon Arnold Heidenheimer. Comparative Political Finance. Nutz on Practices and Towards Artillery in. Journal of Politics. Jahrgang 25. Nummer. 3. 1963. 798. Zu Unternehmensspenden Siehe. Römle Andrea. Unternehmensspenden in der Parteien- und Wahlkampffinanzierung. Die USA, Kanada, die Bundesrepublik Deutschland und Großbritannien im internationalen Vergleich. Baden-Baden. Nomos Verlag. 1995. McManameen Ian. If money takes, what does it say? Corruption and Business Financing of Political Parties. Oxford. Oxford University Press. 2013. 13. Gitlund Gulen M. Party stört Umea. C. W. K. Glerub. 1983. 55. 353. Corrupt and Illegal Practices Prevention Act. 1883. SD. Michael Pinto Duszynski. British Political Finance. 1830-1980. Washington D.C. und London. American Enterprise Institute. 1981. 248-252. Canada Elections Act. 1974 bzw. 2004. 4. Bookly v. Valeo 424 U.S. 1. Regulation of Party Finance. In. Richard S. Katz. William Crotty. Handbook of Party Politics. Sage. London 2006. 446 F. Citizens Cash in Canada and the United States. In. Herbert T. Alexander Reichsherrattori. Comparative Political Finance Sammlung der Democracies. Westview Presspolder. Co. 1994. 145 bis 157. Susanne Fischer. Das Geld sucht seinen Weg. In. Der Spiegel. Nr. 5. 2000. 44 F. Normdaten. GND. 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 GND.